Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Dieses Mal spielen wir Feuerschaft, ich wollte eigentlich die letzten Folgen Eroberungen aufnehmen, Problem ist aber, die Server waren alle voll und dann hat sich immer wieder die Map geändert. War nicht so geil. Wir spielen heute die Ribble Roads und zwar in komplett Gold. Ja, ich hab's geschafft die komplett zu vergolden und die sieht einfach nur Hammer aus. Also erinnert mich ein bisschen an der Sturmgewehr 1.5, klar. Aber auch dieses Magazin wie so ein Goldbarren wieder, das sieht einfach nur geil aus. So, die präsentiere ich euch heute und let's go. Würde ich mal sagen. Ist auch ganz gut, dass wir dann nicht so eine lange Runde spielen. Wir müssen so viele Ziele erobern und halten wie möglich. Ich meine, hab ich noch Schaden gemacht. Der wird auch gleich sterben, glaube ich, oder? Ja, er wird sterben. Feuerschaft habe ich bisher einmal gespielt und da habe ich auch die Ribble Roads und die neue Shotgun probiert. Also, auf Armada war das, glaube ich, sogar. Ist noch nicht so ausgeschlachtet, der Spielmodus. Wir werden auf jeden Fall noch viele Folgen hier dranhängen. Morgen werde ich dann aber eine Eroberungsfolge aufnehmen. Auf End wieder... Ja, gut. Das war jetzt keine Glanzleistung von mir. Lebt er mich einfach wieder? Nee, oder? Alter, unser Team ist immer übelst scheiße. Okay. Ähm, ab heute beginnt dann... Äh, ab heute Nacht um 1 Uhr beginnt die neue Tides of War Season. Ich bin schon mega gespannt auf die... Fuck. Auf die Belohnungen, auf die Waffen vielleicht. Vielleicht aber auch nur Kleidungsstücke. Das wäre nicht mal schlimm, weil ganz ehrlich... Ähm... Wir haben viele, viele Waffen. Ich wäre da jetzt nicht mal traurig, wenn da keine Einzigwaffe dazukommen würde. Oder nur eine. Das würde mir persönlich reichen. Okay, der war schon tot. Ich habe eh nicht getroffen gehabt. Von daher ist das egal. Wo ist denn eigentlich A? Und wo ist denn jetzt eigentlich auch C? Ach, da hinten. Warum bin ich denn dann hier? Okay, da hinten ist einer. Nein! Ach, verdammt. Wir kriegen gerade ordentlich auf die Schnauze. Ah, guck mal. Jetzt nehmen wir aber langsam wieder ein C. Und B ist unser. Jetzt müssen wir noch schnell zu A. Okay, B geht wieder zurück. Das geht hier ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Als bei anderen Modi. Scheiße. Komm, einer von euch muss das jetzt mal... Ihr seid zu dritt, Alter. Ihr seid zu dritt. Dankeschön. Da habe ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich einen Daumen nach oben geben. Aber ich glaube, das macht eh keinen Sinn. Das macht keiner mehr mittlerweile. Warum denn immer ich? Warum muss da ein Fenster sein? Welcher Architekt ist dafür schuld? Hallo? 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 Ich glaube, bei Forschaft ist das tatsächlich so, da verliert man gar nicht durch Kills-Tickets. War das so? Sondern nur durch die Flaggen. Ne? Ich glaube, ja. Das war halt ganz angenehm. Oh, da war sogar wirklich einer. Shit, 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 shit. Das war böse. Ich glaube, man schafft das. Aua. Ich habe es geschafft. Man kann nicht sagen, ich habe es nicht geschafft. Dankeschön, mein Freund. Mögen wir C einnehmen jetzt? Also, ich bin froh, dass ich mit der River Rolls jetzt fällig bin. Aber ich vermisse sie auch jetzt schon so ein bisschen. Ah, wir haben C schon. So, mal ein bisschen aufgeräumt hier. Wo ich sagen muss, bei Herrscher, äh, äh, ja, Herrscher, Feuerschaft, wie immer. Ähm, man merkt schon, es ist immer so ein Hin und Her. Also, man hat nie alle Flaggen irgendwie gefühlt. Außer man spricht sich halt ab. Der eine in dem Team ist bei C, der andere bei B, der andere bei A. Dann geht das schon. Ich bin schon auf die heutige Season gespannt. Ich hoffe, dass die heute kommt. Nicht, dass die sagen, ja, bis 6. Januar ist jetzt die vierte Woche der ersten Season. Von Overtüre halt. Und, äh, dann geht es Donnerstag trotzdem erst los. Das wäre ein bisschen schade. Also, ich hoffe wirklich, dass es heute direkt weiter geht. Schnell A holen. Ich habe gar keine Muni mehr. Das ist Heilung. Wo ist Munition? Da hinten ist Munition. Jawoll. Ja. Gut, da konnte ich nichts machen. Ich hatte halt keine Muni mehr, wirklich. Aber drei Heiler sind in der Nähe. Zwei. Drei wieder. Das könnte was werden. Komm. Ah, er kommt. Hä? Willst du mich verarschen? Wird er mich jetzt komplett verraten? Der hat sich Munition geholfen oder hat mich liegen gelassen? Warum denn das? Ah, der bewegt sich natürlich nicht vom Fleck, ey, die Sau. Fotzen, ey. Nicht mit mir, Mann. Ah, guck mal, wir haben alle Flaggen. Oh. Geil. Wir haben sogar mal eine Rückgewinnung hier. Nett. Finde ich ja gut. Ich bleib mal bei A, glaub ich, oder? Ja, bei A sind viele. Ich geh mal zu C. Okay. Ich bin mal ein Tod. Scheiße, bei A ist auch schon wieder verloren. Was ist denn das? Was? 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 Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Hilft mir. Oh, jetzt ist hier Munition. Oh, da liegt. Da habe ich mich erschrocken, ey. Dieser kleine Lümmel, ey. Los, komm. Nehmen wir B ein, hier. Das ist tatsächlich auch das erste Spiel, wo ich gerne auch vollgelevelte Waffen spiele. Und vor allem. Obwohl ich schon Level 50 bin. Also, warte mal, da ist einer. Also, komplett full life. Äh, Quatsch. Full life. Volles Level. Max Level. Spiele ich das Spiel trotzdem noch, weil es mir Spaß macht. Das ist selten. Bei einem COD, wenn ich da Prestige wäre und, und, ich sag jetzt mal, Level 1000 beispielsweise, dann würde ich das Spiel, glaube ich, nicht mehr anfassen, wenn ich da alles erreicht hätte. Aber hier kann man halt noch so viel machen eigentlich. An alle Einheiten. Wir haben viel Angst und Power. Ne Schrotflinte. Natürlich. Jetzt werden die B wieder, okay. Also, es ist echt ein Hin und Her. Ich weiß, dass da drin einer ist. Er ist ja hier irgendwo. Ah ja, du. An alle Einheiten. Wir haben viel Cäsar verloren. Scheiße. Jetzt haben die uns wieder. Also, es ist wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel hier, muss man ja sagen. Der hat noch gelebt. Wow. Der hat wirklich noch gelebt. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich verteidige jetzt mal lieber. Das macht mehr Sinn. Na guckt mal. A wird schon wieder eingenommen von denen. Was? 94 Hits? Also, Leben. Äh, Feuerschaft ist eigentlich schon recht spannend, muss ich sagen. Mann, jetzt belebt mich wieder und ich brauche meine Waffe durchzuwechseln. Oh, jetzt ist der gestorben. Shit. Mein Stand ist A. Scheiße. Oh, und CC auch. Geil. Das gibt jetzt gut, äh, Flaggenpunkte. Mann, die Folge wird ja doch länger, als ich dachte. Jetzt wird A wieder eingenommen, weil alle hier tot sind. Und dieser komische Jerezi da unten, dieser Fotzenkopf. Der revivet, glaube ich, nie. Ich habe den noch nie revivend... Alter, der macht ja hier alles platt. Jetzt ist mir die ganze Stadt dezimiert hier. Gibt doch gut Punkte. Also, ich glaube, in Feuerschaft kann man auch gut leveln. Oh, da hinten ist er. Ach, da war noch einer. Gut, okay. Kann mir jemand helfen? Spannend, spannend. Ich glaube, C wird jetzt gleich eingenommen von denen. Hä, jetzt bin ich auch gestorben? What? Nee, ich will irgendwo spawnen. Ach, natürlich spawn ich auch hier. Ist klar. Ja, ihr macht C, genau. Ja, ihr macht C, genau. Scheiße, da kam noch einer. Ach komm, als wenn B jetzt so schwer zu holen wäre. Der B wird eingenommen, A wird von uns eingenommen. Jetzt haben wir C verloren, ich bleib mal trotzdem hier. Komm. Shit, jetzt hören die wieder B, ey. Alter, ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ach, ich hab die alle nicht gesehen hier. Hä, da war einer? Oh, noch haben wir nicht verloren. B ist jetzt wieder unser. Aber die müssen auch bei B mal bleiben. Solange, solange, ja guck mal, da kommt nämlich schon wieder einer. Der wird jetzt beide töten wahrscheinlich. Haltet auch einfach A, bitte, ey. Hier sind nur zwei, hier sind drei. Okay, gut, dann gehe ich zu A. Das wird ein ganz knappes Ding werden, ey. Oh, zehn nehmen die auch noch ein? Ne, doch nicht. Da hab ich aber auch grad geschossen wie ein Arsch-Affe, ey. Das war ja nix. Oh, das schaffen die drei. Ja, komm, zwei Tickets. Die dürfen jetzt nix einnehmen. Ich bin erledigt. Haben wir geschafft. Gott sei Dank, ey. Da kann ich ja in Ruhe sterben. Die Deutschen haben gewonnen. Yes. Okay, Leute, das war fast eine 20-Minuten-Folge. Und ich hab nicht mal mit vollen Tickets quasi angefangen. Krank. Darum hat sich ganz schön gezogen, ey. Naja, okay. Dann war's das mit der Folge. Ja, gut, Overtüre, wir wissen's ja. Ich bin schon da. Max-Level, bla bla bla. Alles cool. Was hab ich geschafft? Und ne Mission? Ja, stimmt. Gut. Dann bis morgen zur nächsten Folge von Battlefield 5. Da werde ich dann ne Eroberungsfolge versuchen hinzukriegen mit... Ich brauche nur drei Maps Panzersturm, Verborgener Stahl und Navic. Das sind die einzigen Eroberungsmaps, die ich noch nicht hatte. Und Navic werden wir jetzt nicht holen, weil wir hatten gerade Navic. Also spielen. Deswegen versuche ich mal Verborgener Stahl oder Panzersturm. Gut, bis morgen. Haut rein und ciao.